Der Niedersachsen ist ja auch verlegt. Ist er auch verlegt oder ist er auch verlegt? Ja, das ist ein Auslegung. Ja, das ist ein Auslegung. Ja, das ist ein Auslegung, weil er auch für den Alltagland wird vergehen. Weil das auch erfrischend ist, irgendwie war, weil, irgendwie war es fachsam. Die haben ja letztens gesagt, dass wir uns hier fachsam nachher gefühlt. Das wurde der Letzterloch. Der hat dann nachher den Schwerpunkt der Zweidermann mit dem Schwerpunkt und der hat sich auch ein bisschen geantwortet. Aber es gibt den Wachstuhl, weil er die Schwerpunkt der Schwerpunkt kommt, dass der Wachstuhl bei der Kasse spielt an diesem Fremde.